Hallo, wie schön hier zu sein. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich Varina mitbringen konnte. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich sage jetzt etwas ganz Besonderes, wenn ich sage, das war ein Manuskript, das mir untergekommen ist, ein unverlangt eingesandtes. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr, dass so etwas passiert. Aber jetzt hast du genau dasselbe erzählt. Also mir ging es mit Varina ähnlich. Ich habe angefangen da zu lesen und ich war einfach auf der Stelle vollkommen geflasht von dieser Sprache und von diesen Sätzen da drinnen, dass ich hängen geblieben bin und irgendwie sofort weitergelesen habe und sofort wusste, wir müssen das machen. Varina Valenda ist 1988 in Heidelberg geboren, hat Medizin studiert, arbeitet inzwischen als Assistenzärztin auf der Psychiatrie. Und Dopamin und Pseudoretten ist ihr erster Roman. Es ist ein Roman, in dem es recht banal an und für sich um Liebe geht, um Selbstfindung, um eine Geschwisterbeziehung, um Berlin auch. Und es gibt einen sehr schönen Satz von Jan Drees im Deutschlandfunk zu deinem Buch. Ich finde, der sagt eh irgendwie alles. Es ist ein sehr schnelles, ein sehr aktuelles, ein sehr ungewöhnliches, aber dabei unglaublich leicht zu lesendes Buch. Ein Buch, das man wirklich empfehlen kann. Und so sehe ich das natürlich auch. Du hast mal gesagt, dass du dein Schreiben als vorauseilende Selbsttherapie bezeichnest. Wie meinst du das, Varina? Oh Gott, da habe ich wahrscheinlich von Leif Rand geklaut, der ja vorauseilende Wehmut geprägt hat. Nein, aber es ist schon so, dass, also das ist ja auch fast wieder ein Klischee, das Schreiben therapeutisch ist, aber mir geht es so, ich bin sehr identifiziert immer mit meinen Protagonistenpersonen und lasse die dann auf psychologischer Ebene doch so einiges durchleiden und denke mir so, ja, vielleicht ist es mal gut, wenn die das durcharbeiten, sozusagen stellvertretend. Und wenn ich mal in so eine Situation komme und so lost bin, wie Jan es in meinem Buch, vielleicht hilft mir das dann. Danke. Es gibt noch eine Ähnlichkeit, habe ich jetzt gerade festgestellt, als ich deinem Text zugehört habe, also die Metamorphose, die Verwandlung und da waren noch sehr viele Mutter-Vater-Sätze drinnen. Du hast mal mir erzählt, dass als du angefangen hast zu schreiben, du noch gar nicht wusstest, ob deine Hauptfigur eine Frau ist oder ein Mann und die Figur sich dann aber quasi selbst entwickelt hat währenddessen und dann zu Janis wurde. Wie hat das begonnen und was hat es mit Janis auf sich? Und warum weißt du so viel drüber? Naja, es war eigentlich so, dass ich zwei Personen hatte. Eine eher weiblich gelesene, eine eher männlich gelesene Person und ich bin halt Anfängerin, Debutantin, Ärztin eigentlich und ich habe irgendwann gemerkt, es funktioniert halt gar nicht. Diese zwei Personen sind eigentlich eine Person und sind irgendwie nur Facetten derselben Person und dann wusste ich irgendwie nicht so richtig, mit wem gehe ich jetzt und dann dachte ich mir so, ich muss mich ja eigentlich gar nicht entscheiden. Ich kann das ja erstmal offen lassen und das habe ich auch getan und ich wusste, dass ich so eine Identitätssuche schreiben möchte und dann kam es irgendwie dazu, dass diese Suche nach der geschlechtlichen Identität eben auch Teil dieses ja sehr späten Coming-of-Age der Personen war. Genau. Und was meintest du noch? Naja, es geht in deinem Buch ja im Prinzip auch um eine Transition. Warum kennst du dich da so gut aus? Das Thema hatten wir ja oft. Ich weiß es gar nicht, ob ich mich gut auskenne. Ich weiß auch nicht, ob ich drüber schreiben darf. Das kann man gerne diskutieren. Ich bin auf das Thema ganz anders gekommen, gar nicht literarisch, sondern als Ärztin habe ich festgestellt, dass es doch immer häufiger Transpersonen gab, die irgendwie bei mir nachts im Krankenhaus landeten und ich war einfach unsicher. Ich wollte einfach nichts falsch machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bilde mich jetzt erstmal fort und wie bilde ich mich fort? Ich gehe natürlich zu Menschen, die selber Transident sind oder Non-Binary und mache deren Fortbildungen, weil das ist eine Insider-Perspektive und das war mir irgendwie wichtig. Und dann habe ich ganz schnell erkannt, dass diese Menschen, die ich in Krisensituationen oder wie auch immer sehe, denen ich begegnet bin und das ist mir super wichtig, nicht zu mir gekommen sind, weil sie jetzt trans sind. Das ist nicht das Problem gewesen, sondern das Problem waren ihre Erfahrungen, die sie damit gemacht haben an der Schnittstelle mit der Gesellschaft, dass sie diskriminiert worden sind, dass sie Minderheitenstress hatten, dass sie manchmal sogar Gewalterfahrungen hatten. Und das war so ein krasses Aha-Erlebnis für mich und deswegen habe ich mich da eben berufen gefühlt, mich therapeutisch da in die Richtung auch auszubilden, um das auf einer anderen Ebene zu verstehen vielleicht. Weil viele haben auch schlechte Erfahrungen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, im therapeutischen Kontext gemacht. Und das fand ich irgendwie besonders tragisch. Dein Buch ist unter anderem aber auch eine Geschichte über eine sehr schwierige Geschwisterbeziehung. Kann das sein, dass vielleicht im Endeffekt unsere Geschwisterbeziehungen uns noch viel mehr prägen als die Beziehungen zu unseren Eltern? Am besten, du fragst jemanden, der Geschwister hat. Ich habe nämlich gar keine Geschwister und jetzt sind wir wieder bei der vorauseilenden Selbsttherapie wahrscheinlich so ein bisschen, weil das war lange für mich ein riesiges Thema oder so eine Art Mangel, den ich empfunden habe, dass ich keine Schwester oder keinen Bruder habe. Und ja, dann habe ich irgendwie in dem Roman auch eine Geschwisterbeziehung geschrieben, die auch ihre Schattenseiten hat. Und ich glaube, es ist so, wie es im echten Leben, also ich mache es mir, das mal an so zu beurteilen, dass wahrscheinlich nicht jede Geschwisterbeziehung nur Sonnenseiten hat und nur schön ist. Ich habe mir das so vorgestellt, man hat so einen besten Freund auf Lebenszeit, der macht alles für einen. Da kann man sich noch so daneben benehmen. Und genau, in dem Buch habe ich so ein bisschen beleuchtet, dass es auch diese andere Seite geben kann. Und das hat mich wahrscheinlich hoffentlich vorauseilend selbsttherapiert, mit meinem Thema Geschwisterlosigkeit umzugehen. Ja, du machst das sehr gut mit den beiden auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Ja, ich glaube, in Wahrheit solltest du ja viel mehr reden als ich und dein Buch sollte sprechen. Darum lies doch bitte daraus vor. Okay. Kurze Frage vorweg. Sind Schwaben hier? Genau, weil das Problem ist, ich komme zwar aus Süddeutschland, aber aus Baden. Jan ist Mutter jedoch, ist Schwäbin. Und ich muss ein paar Sätze dann schwäbeln. Und es wird wahrscheinlich furchtbar schlecht. Und deswegen bin ich sehr, ein bisschen erleichtert, dass jetzt nicht so die totalen Kenner da sind. Also genau so hört es sich dort an, glaubt es mir. Ja. Die Vorfreude fällt in sich zusammen, als ich zur Mama in den Corsa steige. Darauf, meine Eltern zu sehen, zu Hause zu sein, auf Weihnachten allgemein. Alles, was ich mir so schön ausgemalt habe, wird von der Realität überblendet. Schwäbischer Dialekt, Anfahren im zweiten Gang, Milchgestank. Letzterer kommt vom Kaber, den ich als Kind mal auf dem Beifahrersitz verschüttet habe. Von der Schokolade riecht man nichts mehr. Ich würde meiner Mutter gern erklären, dass es ungesund und pervers ist, Milch zu trinken. Und tausend weitere Sachen. Dass sie mich nicht Jana nennen soll, zum Beispiel. Aber, sag das mal meiner Mutter. Sie hat den Namen schließlich ausgesucht. Im ICE war die Vorfreude noch da. Zumindest ein Abklatsch davon. Mehr bekomme ich derzeit nicht zustande. Die vorbeiziehenden Felder, Windräder und Wälder haben das Maximum an positiver Emotionen aus meinem Gehirn herausgepresst. Haben Erinnerungen an Momente heraufbeschworen, die vielleicht so gar nie stattgefunden haben. Jemand hat mir mal gesagt, dass man die Erinnerung beim Erinnern jedes Mal verfälscht. Sie wird dann wie die Kopie einer Kopie immer verschwommener. Bis man sehr viel Fantasie braucht, um noch etwas zu erkennen. Ihr hängt Heutzung im Kleinebad schon einmal vor die Ork gemacht, sagt Mama, als wir in unsere Straße abbiegen. Fehlt nur, dass sie dabei zwinkert. Sie will immer unter Beweis stellen, wie gut sie mich kennt. Aus irgendeinem Grund macht mich das wütend. Meine Psychologin sagt, Wut ist eigentlich Schmerz. Also spüre ich nach, wo es gerade wehtut. So dreieinhalb Zentimeter oberhalb des Bauchnabels vielleicht. Wo man einen Schlag in die Magengrube hinsetzen würde. Mach dich locker, denke ich. Aber ich darf mich nicht von warmen Badezimmern, weichgespülten Handtüchern und sonstigen Elternzauber einlullen lassen. Sonst verliere ich den Faden, aus dem ich mir eine neue Identität zu stricken versuche. Danke, sage ich. Und dieses Danke kostet mich beinahe mein Leben. Die Nachbarn drücken sich alibimäßig im Vorgarten herum und wollen wissen, wie es in Berlin so ist. Ich bin betont unisex gekleidet. Es gibt also außer hierzulande unmodischen Levis 501 nichts zu glotzen. Ganz okay, sage ich. Und ignoriere dabei Mamas Blick und den Blick der Nachbarn zu Mama zurück. Man möchte schreien. Get alive! Aber man geht brav und angepasst ins Haus. Die Duftmarke des Weggehens und der Nie-Wiederkommens hängt in der Luft. Das kleine Bad wird nicht mehr genutzt. Ein Atavismus im verwinkelten Landhaus meiner Eltern. Wie die überzähligen Brustwarzen, die kein Mensch braucht. Mein Bruder Marcel und ich sind irgendwann gegangen. Erst er, dann ich. So war das immer schon bei uns. Er ist mir immer einen Schritt voraus und ich hinke hinterher. Meine Eltern haben das große Bad renoviert und kacken jetzt stilvoll auf einem Villaroy und Boch Hängeklo. Mein Bruder hat mal gesagt, zwei Badezimmer seien die raumgewordene Dekadenz. Unsere Eltern sollen Flüchtlinge aufnehmen. Aber nur, weil er damals mit einer von der Antifa geschlafen hat. Ich bin froh, dass meine Eltern das niemals machen werden, auch wenn ich ihm damals heftig zugestimmt habe. Denn dann wäre der Rückweg endgültig abgeschnitten. Dann würde eine vielköpfige Familie im kleinen Bad baden und sich den Staub von irgendeinem einer strapaziösen Flucht abwaschen. Aber im kleinen Bad sind schon genug Tränen geflossen. Wegen unerwiderter Liebe und wegen meinem Körper, dem ich schon frühzeitig den Krieg erklärt habe. Ein zäher Stellungskrieg, der bis heute andauert. Wenn sich das Muffige gelegt hat, riecht man Lenore Weichspüler. Stirbumwelt. Vom Handtuch über der Heizung, die meine Mutter schon mal angemacht hat. Für mich. Ich schließe ab, drehe das Wasser voll auf und setze mich auf den Wannenrand. Reflexhaft fange ich an zu weinen. Es ist beinahe grotesk. Ich im kleinen Bad, Lenore, Wasserhahn und Tränenhahn auf. Erst als der lange Spiegel komplett beschlagen ist, ziehe ich meine Sachen aus. Hinter dem dünnen Film aus Wasserdampf bin ich sicher. Meine milchige Silhouette könnte alles und jeder sein. Ich pause ein bisschen. Stelle mir vor, dass sich das Bild gleich zu dem morpht, was ich sehen mag. Die Wassertemperatur ist gerade noch erträglich. Die unter Wasser befindlichen Körperteile sind nach kurzer Zeit krebsrot. Eine mit dem Wasserspiegel gezogene Trennlinie zwischen Rot und Weiß. Richtig weiß. Nicht wie weiße Hautfarbe. Sondern eine Winterhaut, die auch im Sommer kein Licht abbekommt. Ich freue mich auf den Schwindel und die Mattigkeit, die auf mein überhitztes Bad folgen werden. Kreislauf Kollaps Deluxe. Und auf das vorgewärmte Handtuch. Beim Abtrocknen beschließe ich, den Schwindel durch eine Zigarette zu eskalieren. Meine feuchten Haare stopfe ich unter eine Mütze und gehe ein Stück den Fahrradweg hinter dem Haus entlang. Zu Hause bei uns wird nicht geraucht. Allenfalls heimlich. Mein Bruder, Papa und ich. Damit Mama sich einbilden kann, in einem Nichtraucherhaushalt zu leben. Damit sie das dazuschreiben kann, wenn sie Hausrat auf Ebay-Kleinanzeigen vertickt. Es ist der 23. Dezember. Und für einen Radweg in einem beliebigen Dorf in Schwaben ist dieser hier verdammt stark von Hipstern frequentiert. Einer, mit dem ich vielleicht mal in die Grundschule gegangen bin, läuft mit seinen Eltern vorbei. Wir nicken uns zu. Er trägt Vollbart und über die Hosenbeine gekrempelte weiße Tennissocken. Sie wollen sagen, ich gehöre hier nicht mehr her. Seht, ich bin jetzt in der großen Stadt. Mein zielloser Spaziergang endet am Spielplatz. Ziellos, weil der Weg tatsächlich nirgendwo hinführt. In die eine Richtung fasert er halbherzig im Wohngebiet aus. In die andere Richtung kommt lange nichts und dann ein Acker. Hinter einer kleinen Mauer zwischen Spielplatz und Bach habe ich damals mit Marcel die erste Zigarette geraucht. Ich zwänge mich durchs Gebüsch und lehne mich an die Mauerrückseite. Inzwischen muss ich mich ducken, damit man meine schwarze Mützenkuppel vom Spielplatz aus nicht sehen kann. Ich zünde mir eine an und habe kurz wirklich Angst, erwischt zu werden. Wie früher, wie immer. Ich bin ein Zeitreisender in die eigene Vergangenheit. Gott, wie pathetisch. Ich rauche und starre auf den Bach, der mir früher rauschend davor kam. Genau wie das Weihnachtsfest. Als ich zurückkomme, riecht es nach Nudeln und Kindheit. Ich stelle meinen Plateausstiefel ins Regal und schlüpfe in meine alten Hausschuhe. Hausschuhe sind peinlich, aber sie sind auch so furchtbar bequem. Viel besser, als in einer ausgekühlten Altbauwohnung barfuß in Essensreste zu treten. Sie waren mal blau, jetzt sind sie mehr so anthrazit. Komisch, dass alles, was alt wird, grau wird. Wie Papas Haare. Mama wiederum färbt. Ihr grauer Ansatz wird seit Jahrzehnten unter Mahagoni 30 begraben. Am nächsten Tag kommt mein Bruder. Ich hole ihn abends mit dem Corsa ab, den ich dreimal abwürge. Es ist schon dunkel, eigentlich wäre jetzt Kirche. Der hat vielleicht Nerven. Er habe noch ein Shooting gehabt, sagt er. Obwohl er mir sehr ähnlich sieht, ist er das Model. Und ich bin einfach nur komisch. Ich beneide ihn, weil er der Jüngere ist und aus vielen anderen Gründen auch, dass er sein Jurastudium auf die Kette kriegt zum Beispiel. Und bei dir so, fragt er. Nix, sage ich. Cool, sagt er. Und ich weiß, dass er das ernst meint. In seiner Welt erleben alle die krassesten Sachen und wären nie müde, damit zu prahlen. Außerdem hat Marcel diesen Hang zur schonungslosen Ehrlichkeit. Bis hierhin hat er ihn weit gebracht. Es gibt unserem Vegetarismus zum Trotz Gänsekeule. Später bekommen wir beide ein Buch mit einem 200-Euro-Schein zwischen den Seiten. Ich habe den dringend nötig. Mein Bruder nicht. Das Buch werde ich ins Regal zu den anderen Bücherstellen, die meine Mutter mir Jahr für Jahr schenkt und von denen ich keins je gelesen habe. Diesmal bekomme ich Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Beinahe das perfekte Geschenk. Mein Bruder kriegt was von Herndorf. Da ist da wieder der Neid. Obwohl ich es sowieso nicht lesen würde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fährt Mama ihn und mich zum Bahnhof. Ich muss hinten sitzen, weil er die längeren Beine hat. Zum Abschied schenkt er mir natürlich sein Buch. Ich stecke es in meine Manteltasche. Er habe es schon gelesen, sagt er. Wir machen jetzt auch einen Sprung. Und zwar an den Frühstückstisch der Hansens, so heißt die Familie, in Schwaben. Und es geht ums Outing. Jannis outet sich und man muss an dieser Stelle sagen, wieder. Mein Vater erhebt sich vom Frühstückstisch im Garten und ich umarme ihn und murmel etwas von einem guten Morgen. Meine Arme fühlen sich dabei an wie die einer Marionette. Glückwunsch, sage ich. Es kommt vielleicht nicht von Herzen, aber immerhin bin ich angereist. Lasse ruhig noch schlafe, sagt meine Mutter und schenkt mir Kaffee ein. Unterbriss ich dann in der Bewegung und sage zu meinem Vater, ach, sie trinkt ja keinen. Dann wieder zu mir. Ich vergesse immer, dass du ja keinen Kaffee trinkst. Decaf, sage ich. Wie bitte, sagt meine Mutter. Jetzt, wo Irina anscheinend all den Schlaf nachholt, den wir in ihrer Wohnung verpasst hat, wird es nicht zum Outing kommen. Alleine werde ich das nicht durchziehen. Was macht sie beruflich noch im Mohl, will meine Mutter wissen. War ja klar, dass sie nicht das Offensichtliche fragt, ob wir zusammen sind. Ich weiß nicht so genau, lüge ich. Eigentlich grundlos, aber wenn schon, Scharade, dann richtig. Mensch, so übes muss man doch wissen, sagt sie. Wieso muss man sowas wissen, frage ich mit vollem Mund. Na, ihr händenkt, sagt sie und wende sich hilfesuchend an meinen Vater. Er sagt wie immer nichts. Er konzentriert sich auf sein Ei, als wäre es ein schweres Sudoku. Wenn man genau darauf achtet, kann man sehen, wie er dabei die Ohren spitzt. Das können nur Verwandte ersten Grades erkennen. Der Mann ist Musiklehrer. Jeder Unterton in meinen Aussagen wird registriert. Ich beiße in mein Brötchen und esse danach noch zwei weitere, damit es vor lauter Kauen kein Material gibt, das er auswerten könnte. Es ist vermutlich so. Meine Eltern haben kein Problem damit. Wie damals beim lesbischen Outing. Da waren sie im Grunde auch fein damit. Ich wollte es beim Abendessen machen oder danach, aber Marcel kam mir zuvor. Er hatte seinen ersten bezahlten Job für 1&1. Das kannten meine Eltern aus der Fernsehwerbung. Wir saßen genau da, wo wir jetzt sitzen und es gab Schweinebraten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es davor schon mal Schweinebraten gegeben hätte und ich entschied in dem Moment nie wieder Fleisch zu essen. Es war heiß und mir war schon ganz schlecht. Vom Schweinebraten und den Worten, die ich mir zurechtgelegt hatte, die ich nun runterschlucken musste. Weil nach 1&1 passte mein Outing nicht rein. Ich half Mama, den Tisch abzuräumen. Mensch, toll mit dem Marcel, sagte sie und spülte die Salatschüssel ab, während ich das Besteck in die Spülmaschine räumte. Gabelzinken nach oben, spitze Messer nach unten. Mama, ich muss dir was sagen, sagte ich. Ich wählte die Steilvorlage, um mir selbst den Rückweg zu kappen. Die Spülbewegungen wurden langsamer. Das Zeichen, dass ich ihre volle Aufmerksamkeit hatte. Mein Blick fiel auf die Salatschüssel, um die sich ein Apfelmotiv rankte, dabei rankten Äpfel doch gar nicht. Jetzt musste ich etwas offenbaren, zumindest ein Teilgeständnis ablegen. Den vollen Umfang hatte ich sowieso noch nicht verstanden. Aber ich hatte festgestellt, dass Masturbieren auf Mitschülerinnen und Lehrerinnen gut ging. Wenn ich stattdessen Bildmaterial von Jungs im Kopfkino laufen ließ, klappte es nicht. Ich stehe auf Frauen, aber sag's nicht, Papa, sagte ich. Bist du lesbisch? Fragte Mama. Äh, ja. Aha. Ja. Hm. Sie umarmte mich mit ihren nassen Spülhänden. Die einzige Person, die ein Problem damit hat, bin also ich. Wenn Irina gleich zum Frühstückstisch kommt, werde ich sie einfach küssen. Das spart mir zumindest eine Erklärung, aber ich schaffe kein viertes Brötchen mehr. Mein Vater wirft die Zeitung auf den Tisch. Frühstück beendet, Chance vertan. Ich schaue betröppelt in den Garten. Die Obstbäume könnten knorriger sein, das schon, aber mir gefallen die verwilderten Stauden. Der Rasen ist üppig, nicht manikiert. Hinter dem Holstern ist genau die richtige Dosis Häuser mit roten Dächern hingestreut. Ich werde so sentimental, dass ich schließlich doch anfange. Ich muss euch was sagen. Ich bin gar nicht lesbisch, also ich stehe schon auf Frauen, aber nicht, wie man als Frau auf Frauen steht. Die Bombe ist geplatzt, aber es gibt keine Detonation. Es war wohl nur ein Knallbonbon. Dementsprechend nur fragende Gesichter. Also setze ich nach. Ich bin trans, aber was soll's. Und ich rauche. Ja, ich rauche schon ewig. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Und wenn wir schon dabei sind, ein bisschen Geld bräuchte ich auch. Wie viel, fragt Papa. Applaus